moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch die waffenstufen erklären hier beziehungsweise die seltenheiten beim alten cord war gab es ja hier die grüne seltenheit die blaue lilane goldene und die rote und hier beim 90 ist das ein bisschen anders und das möchte ich euch jetzt einmal erklären und zwar gibt es vier stufen zum einen die weiße stufe das ist die standardwaffe ungepuncht und unverbessert anders wie beim cold war zombies gibt es hier nicht mehr dieses arsenal wo ihr mit schrott eure waffen verbessern können denn die waffenfarben hier stehen für die packer punch stufen also weiß ist ungepuncht ganz normal dann gibt es hier blau das ist einmal gepuncht und danach kommt die waffenstufe lila das ist dann packer punch stufe 2 und dann gibt es noch mal gold und das ist packer punch stufe 3 das ist dann auch das waffensystem hier also wie gesagt es gibt nicht mehr dieses mit schrott verbessern sondern nur noch packer punch oder halt packer punch die waffen aus der kiste bekommen so das war es dann auch mit dem video leute ich hoffe ich konnte euch mit dem video weiterhelfen falls ja lasst doch ein like da schreiben die kommentare und wenn du nichts verpassen willst dann kannst du gerne ein abo da lassen und die glocke aktivieren um immer auf den neuesten stand zu bleiben ansonsten und bis zum nächsten mal